hallo liebe kein bauschein freund und herzlich willkommen auf meinem kleinen kanal und zum zweiten teil vom molking 19 004 airport rescue vehicle dass es ein mock ist braucht man nicht weiter darüber reden kommen wir vielleicht noch mal einmal ganz kurz gleich noch drauf erstmal möchte ich noch mal kurz einmal kurz noch behält sich bedanken bei you world of building block und auch molking die mir halt dieses set zur verfügung gestellt gegeben haben um es euch hier zu präsentieren oder zu zeigen also ihr habt gerade gesehen ich habe das set fertig und das wird auch jetzt der letzte teil von dem video sei nicht also für dieses set braucht man definitiv keine drei videos weil ehrlich gesagt ist es dieses set auch nicht wert der erste teil im video oder bis bauabstät 5 der aufbau das war alles noch richtig cool alles ging alles gut von der hand nur es schlichen sich nachher in den nächsten bauabstätten immer mehr fehler ein also molking ist hier sehr sehr stark nachher von der bauanleitung von lucio switch abgebogen oder abgewichen besser gesagt es wird zum beispiel komplett keine elektrik also verbaut von licht her also lucio setzt hier sehr viel wert auf das optische und auf das licht das wird hier gar nicht gemacht die airtanks sind airtanks keine wassertanks und erstmal bescheiden zu befüllen auf jeden fall mit den mitteln die uns molking dabei liegt bei dem set geht das gar nicht ich musste mir nachher eine spritze kaufen aber dazu kommen später noch mal sind sehr schnell leer und es dauert lange die zu befüllen und diese mechanik mit dem umschalten die ist auch ein bisschen tricky aber wie gesagt schauen wir uns erstmal die ganzen bau schritte die laufen in der zwischenzeit so ein bisschen noch nebenher und wir kommen gleich zu bauabschnitt 6 und da steigen wir jetzt ein und gehen halt die anderen bis zum bauabschnitt zehn mal gemeinsam durch so und hier sind wir im bauabschnitt 6 angekommen hier haben wir jetzt diesen ausleger arm diesen lösch arm hier angebracht am fahrzeug und hier unten drunter dann noch ein rahmen konstruktion mit einer merkwürdigen klappe die irgendwie keinen anschlag hat die nach unten rutschen kann wo man schlecht dran kommt ihr seht schon hier der arm ist auch im weg und der arm ist ja noch nicht ganz runter gefahren also wie man da an die klappe oder an den schalter kommen kann denn darunter befindet sich ja die akkubox hier und da ist der schalter ja das finde ich schon wieder ein bisschen grenzwertig und ja der mocker hat hier gesagt ganz woanders eingebaut die ganzen boxen die er überall verteilt hat dann aber jetzt hier die ersten fehlteile und zwar fehlen jetzt zwei verlängerungskabel der mocker hat übrigens daran gedacht ich werde mal einblenden das bild wie er das verkabelt hat denn ihr sollt jetzt hier die beiden motoren die um sich im arm befinden die sollte jetzt auch diese akkubox anschließen die sich hier drunter befindet also darunter befindet sich ja die akkubox da sollte die anschließen und dafür sind die definitiv zu kurz aber schaut euch mal das bild an wie erst gemacht hat hier kommt dann die zweite box hin das reicht von den kabeln her also das wird wohl schon hinhauen so dann auf dieser seite hier hier haben wir dann noch ein servomotor der muss da auch drauf das müsst ihr nachher ein bisschen anders verkabeln diesen hier würde ich zum beispiel auf den switch legen und dann von den anderen motor von dem switch dann also auf die akkubox also also da geht es von den kabeln da kann man so ein bisschen wenn man das anders verkabelt schon hinkommen sonst müsstet ihr hier drei kabel haben aber zwei braucht ihr definitiv und ihr seht schon hier bricht man sich wirklich ein ab und man an den anschalter zu kommen also da muss man sich wirklich noch was einfallen lassen vielleicht werde ich da die box auch noch mal woanders hin bauen ja machen kleinen funktionstest hier wenn wir schon ein paar motoren eingebaut haben so der arm also man kann jetzt hier den arm hochrichten und den anderen auch noch mal nach vorne klappen ich habe natürlich jetzt wieder begrenzt platz wobei ich jetzt sagen muss dass die bewegung doch so ein bisschen stockig sind und nicht so ja flüssig und ja leicht von der hand gehen also mal schwingt ein bisschen mehr ja ja so richtig leicht zu steuern sie die nicht ja die nächste ich habe jetzt noch ein kabel gefunden habe ich mal hier angeschlossen und zwar können wir halt vorne die düse hoch und runter bewegen normalerweise mit dem zweiten motor kann man sie noch drehen aber wie gesagt ein kabel fehlt mir noch ich muss gleich noch mal gucken wo ich noch ein zweites kabel jetzt hier auf treiben können also der motor hier den habe ich noch nicht in betrieb und ja mal gespannt also ich habe noch ein paar kabel bestellt damit ich hier mal reserve habe also die ganze geschichte hier gefällt mir noch nicht so ganz da muss ich nachher wirklich noch mal schauen ob man die akku box nicht nachher noch woanders hin bauen kann ja das hier das ist ja kein großes thema einfach hinten auf den switch anschließen und ja dann kommt ihr auch an die akku box nachher dran hier also das geht alles ja gut kommen wir zum nächsten bauabschnitt hier haben wir jetzt den siebten bauabschnitt vor uns und hier oben wieder ein paar paneele verbaut auch hier seitlich sind wir schon angefangen mit panelen und hier vorne haben wir so eine kleine box gebaut hier so ein bisschen radkasten angedeutet auch eine klappe haben wir jetzt hier schon angebracht die hat jetzt keine arretierung oder so und wir haben hier vier erd tanks verbaut auf der anderen seite ebenfalls hier oben auch angedeutet so ein befüllstutzen wahrscheinlich für den großen tank den dieses fahrzeug wahrscheinlich haben wird hat aber keine funktion ist auch halt nur so ein bisschen angedeutet so dann das nächste dafür hole ich das ganze mal ein bisschen näher ran damit man das alles so ein bisschen erkennt wir hatten jetzt hier fehlten ja zwei kabel ich habe jetzt hier zwei kabel gefunden eine musste ich aus dem handy klauen damit ich den motor jetzt anschließen konnte habe ich jetzt gemacht und ich habe auch jetzt den servo also den vordersten servo den habe ich hier auf den switch gelegt und dann bin ich auf die akku box gegangen das ging vom kabel herne also von dem hier hier lang gegangen auf den switch den musste ich einmal drehen und dann vom switch mit dem als verlängerungskabel genommen hier auf die akku box mit dem zweiten motor bin ich dann direkt auf die akku box gegangen das war kein problem mit dem mit dem mit der länge des kabels also das geht so weit also ihr braucht definitiv jetzt nur zwei verlängerungskabel für die motoren von dem arm hier drunter befindet sich ja jetzt der zweite die zweite akku box da hatten wir die erste hier habe ich noch mal so einen anschlag drauf gemacht damit die nicht ganz durch schlägt sonst fällt die zu weit runter sieht erbärmlich aus so und hier haben wir die zweite box da müssen wir oben so ein ja so ganzes panel abnehmen damit ihr hier dran kommt auch sehr sehr bescheiden gelöst und zwar sollte es eigentlich so sein dieses panel sollte eigentlich fest noch verbaut sein und ihr habt halt nur dieses teil hier das sollte zum rausnehmen sein aber da frage ich mich wie kommt ihr dann an den ein und ausschalten also das panel hier das sollte zu sein und wie ihr seht ihr kommt erstmal nicht an das ladekabel also an den anschluss und an den an und ausschalten richtig rum eingebaut habe ich die übrigens nach anleitung also morgen was sie hier ändern mussten wegen ihren komponenten haben sie eigentlich voll und ganz versaut muss ich ehrlich gesagt sagen hört sich jetzt hart an der ein oder andere wird sich wahrscheinlich jetzt wieder aus aufregen aber also molking kann eigentlich nichts also die können noch nichtmals gut kopieren muss ich sagen schauen wir uns mal diese airtanks an und die sind vielleicht als airtank gut und schön aber als wassertank würde ich sagen reicht es hier nicht ich zeige euch gleich mal wie wie lucio das gelöst hat der hat da wesentlich größere tanks also angeschlossen habe ich sie auch schon das war auch schon so ein bisschen friedlich das ganze müsste jede menge schläuche hier stückeln da geht ja eine eine seite geht auf den arm und die andere seite geht halt vorne auf die düse und dafür ist auch dieser pneumatik switch stehen ihre eingebaut oder der unten eingebaut ist da schaltet ihr zwischen erstmal aus und dann zwischen den einen und der anderen düse ein aber das kann man gefühlvoll auch nicht machen also hier auf der anderen seite das gleiche klappe und auch die vier airtanks hinten der andere hier hinten dieser hier das ist halt der luft vorrat wobei ich meine das reicht auch nicht aus aber die tanks sind auch wesentlich zu klein also werden wir nachher noch sehen wie schnell so das ding hier leer gepustet ist so gut ich bin mal kurz ein wie lucio das gemacht hat hier haben wir mal das schema und zwar hat er hier auch auf zwei seiten aufgeteilt das ganze er hat große wasserbehälter ihr seht schon die sind schon 14 zentimeter hoch und für jede seite auch druckbehälter auch sehr groß muss ich sagen und er hat jetzt in handpumpe ist angedeutet aber er hat auch eine mechanische pumpe darin auch das befüllen würde ich sagen geht hier wesentlich schneller und leichter von der hand und auch ihr habt hier mehr wasservorrat was ihr nachher zum spritzen hier einsetzen könnt das zu der tank geschichte kommen wir noch mal kurz servo motoren vorne für die beiden antriebseinheiten hier worauf wird dieser switch hier benutzt und das zeige ich euch jetzt gleich mal weil die wollen ja gegen in die andere richtung gehen lenken und das schauen wir uns mal an indem ich jetzt einmal jetzt die akkubox mal starte mit verbinden mit der fernbedienung und jetzt denken wir mal so und ihr seht also beide lenken richtig nach links oder nach rechts obwohl sie eigentlich verkehrt herum eingebaut sind also die eine zeigt nach vorne die andere nach hinten wenn ich jetzt in switch mal umschalte und ihr seht also so würden die eigentlich laufen wenn der switch nicht da wäre entgegengesetzt also der switch ist einfach nur dafür da um die ganze geschichte um zu polen damit die lenkung auch in die richtige richtung läuft also aufgabe des switchs haben wir jetzt auch mal erklärt kurz machen wir aus das ganze und es wird zeit mal ein bisschen hier weiter zu bauen auf kommen jetzt gleich zu dem achten bauabschnitt hier haben wir jetzt das cockpit so weit gebaut oder nicht das ganze cockpit wir sind die angefangen mit dem cockpit hier haben wir erstmal schön vorne die front hier oben so ein bisschen lämpchen hier auch diese flex haben wir angebaut das sieht alles ganz schön aus auch hier zwei spiegel angebracht hier vorne die front auch noch mal hier sind auch noch lampen und blinker angebracht übrigens hier könnt ihr noch zusätzlich oder nachträglich leds einbauen also lucio hat das ja so geplant der hat ja überall beleuchtung eingebaut auch hier oben hat der beleuchtung eingebaut da ist überall platz drin für diese leds das könnt ihr alles nachrüsten ihr kommt von unten da auch schön dran also das ist alles dafür vorgesehen nur molking hat sich das jetzt wieder hier alles weggespart wieso einiges an diesem set da wird uns noch einiges hier werdet ihr sehen was molking hier alles eingespart hat und das ist eine menge und das ist ist auch so ein bisschen enttäuschend muss ich sagen jetzt nehmen wir wissen wir die wackel cam hier um euch so ein bisschen mal innen drin war so ein bisschen was zu zeigen so ein bisschen näher an das ganze hier haben wir den sitz und wir können jetzt eins was wir jetzt hier verstellen können so ein bisschen ist oben diese kopflehne kopfstütze dann hier ist hier so eine treppe angedacht sonst ist da jetzt nichts groß was aufregendes drin also ganz spartanisch eingerichtet das ganze gehen wir auf die andere seite dafür muss ich das ganze modell mal ein bisschen drehen das ist alles schon sehr groß hier über einen meter haben wir ja schon hier hier haben wir dann den fahrersitz da ja das gleiche da können wir auch nur um die lehne die kopfstütze bewegen da haben wir einen lenkrad was keine funktion hat ihr könnt es so ein bisschen hoch und runter bewegen ist jetzt aber keine hand of gott oder so normalerweise macht lucia's gerne aber hier hat er sich das auch eingespart unten so ein paar pedale hier haben wir auch die dritte zum hochgehen auch hier ganz schön also ich finde die schön diese spiegel hier nichts besonderes aber sehen schön aus so kann man wieder auf dem stativ ich hatte ja eben schon mal angedeutet dass wolking hier einiges ändern muss und was sie geändert haben haben sie es echt wirklich versaut also wir haben ja hier diesen arm und normalerweise ist er ja im ruhezustand des fahrzeug ist er ja eingefahren also alles hier runter geklappt nach unten dafür ist auch hier diese molde dass das da so schön eintauchen kann hier und da hat wolking den die akkubox platziert für diesen arm also irgendwie idiotischer ging es ja wirklich gar nicht mehr also ihr könnt das gar nicht mehr einfahren sonst kommt ihr an die box nicht dran so die box die kommt definitiv irgendwo hier hin hier ist bestimmt noch hinter der verkleidung platz werden wir noch sehen und ich werde das gleich noch mal zeigen wo ich die dann später verwursten werde das ganze ja wenn ich so nicht gemacht habe aber noch mal auf die teile qualität hinzukommen die sind ja go bricks sind ja die steine hier und die teile qualität ist echt gut pins gehen ein bisschen schwer rein aber das ist man ja bei monking ja schon so gewohnt so was ich noch mal sagen würde schauen wir uns das ganze noch mal hier aber dafür muss ich die kamera noch mal kurz eben um platzieren also wie gesagt platzmäßig bin ich hier echt sehr beengt so damit wir uns das von vorne noch mal richtig schön noch mal anschauen können denn ich finde die ansicht von vorne finde ich ja richtig schön gelungen muss ich echt sagen also das mit dem mit der front vorne sieht richtig gut aus ein bisschen licht würde dem fahrzeug natürlich jetzt ganz gut stehen aber das hat wolking uns ja nicht spendiert in diesem fall ja das war jetzt bauabschnitt acht der nächste ist quasi der vorletzte und wir fangen jetzt an hier das fahrzeug noch mal richtig zu verkleiden das kommen also jetzt in den nächsten bauabschnitten erwarten uns hier jede menge panele die wir hier verballern und zwar ja geht es erst mal jetzt hier los hier dass wir hier vorne diesen ganzen bereich hier also den seitlichen bereich und hier vorne den bereich jetzt verkleiden das fahrzeug hat ja noch türen und da bin ich mal gespannt darauf wie molking die türen umgesetzt hat ja so langsam hat das fahrzeug hier struktur bekommen wir haben jetzt hier komplett die ganzen seiten hier mit panelen zugekleistert hier der auf der anderen seite natürlich auch auch haben wir oben so eine so eine reling angebracht dann antennen hier zwei stück und hier vorne auch eine tür die hat auch eine coole funktion muss ich sagen auch hier vorne haben wir radkästen angedeutet wieder hier mit so ja so mit zum flex schlauch womit er bei der ein oder andere ist ein bisschen kurz geraten sodann die klappe oder ich hole ein bisschen näher an dann sieht man so ein bisschen was hier hinter befindet sich eine klappe das kann man öffnen und zwar kann man das jetzt hier so hochklappen und da seht ihr schon ich habe nämlich die batterie box umgebaut die saß ja vorher hier hinten unter dem arm und ich habe die jetzt hier an die seite gebaut das war auch alles kein problem auch kabelmäßig braucht da also da müssen ja sowieso verlängerungen dran von daher passt das ja hier unten die klappe hatten wir schon die klappe hier ist jetzt dazu gekommen auf der anderen seite haben wir natürlich das gleiche gebaut da ist die gleiche klappe dann hier vorne die paneele haben wir auch noch durchgezogen bis hier vorne hin hier und dann fängt hier das cockpit an hier ist jetzt keine tür aber ich hole das jetzt mal ein bisschen näher ran hier damit man das auch ein bisschen sieht befinden sich da noch oder befindet sich noch ein sitz auf der anderen seite ist auch noch ein sitz und rein kommt ihr über diese tür die sich wie beim bus so ja so klappend hier rein schwenkend öffnen und schließen lässt ja naja man jetzt ist auch nein ich sag jetzt nicht nein nein die tür ist ganz gut ist auf jeden fall eine da so andere seite sieht das ja hier genauso aus da haben wir auch die tür hier zum aufschwenken und die muss man auch so ein bisschen rein schwenken sonst geht die nicht zu da ist auch noch ein sitz und hier ich mache es hier auch noch mal auf dort haben wir auch noch mal die klappe so hier fehlt vielleicht noch ein paar aufnahmen wo man besser anfassen könnte vielleicht mache ich das noch mal gucken ihr könnt auch hier die so ein bisschen arretieren hier habe ich jetzt weiter nichts drin geändert aber hier ist mit sicherheit würde auch noch sicherheit noch platz sein für die nächste akkubox die da unten sitzt die könnte man vielleicht hier noch irgendwo einbauen ich lasse es jetzt aber erstmal da sitzen so klappe zu dann was haben wir noch in diesem bau steht gemacht hier oben die rehling hatten wir ja schon dann hier vorne man das ist aber auch schon ein brüller geworden ich bin da haben wir gespannt ich muss echt noch mal nach wiegen wie schwer der klopper nach geworden ist nach dem letzten bau abschnitt aber bevor wir jetzt zum letzten bau steht kommen möchte ich euch noch mal eben kurz zeigen ein bisschen vom nahen wie ich das jetzt hier mit der box gemacht habe bin mal gespannt ich nehme mal die kamera jetzt wieder vom stativ damit ich ein bisschen näher rankomme das ist eigentlich kein hexenwerk da ist genug platz und ihr habt auch genug aufnahmen für irgendwelche pin befestigung damit ihr die box da so ein bisschen befestigen könnt an der box selber sind ja kreuzaufnahmen und auch für pins und da könnt ihr was ich verschiedene arten von pins einbringen und anschließend ist auch kein problem ihr kommt hier von allen seiten mit den kabeln dran auch könnt ihr jetzt hier an das ladekabel oder an den stecker kommt ihr dran und auch an den an und ausschalter ist das alles kein problem also ich würde euch das auch raten dass sie die box umsetzt dann sonst könnt ihr den arm nämlich gar nicht jetzt hier so wie ich ihn jetzt hier eingestellt habe in dieser ruhe position verschränken weil ihr könnt ihnen sonst nicht mehr hochfahren und ihr seht ja so jetzt ich kann den jetzt bewegen und in seine position fahren klar hier mit den verlängerungskabeln die könnte man auch noch ein bisschen schöner verlegen die könnte man auch glaube ich in den arm würden sie reinpassen ich glaube ja aber das ist jetzt nicht so mein thema so das war es jetzt mit dem achten bauabschnitt wir nehmen den neunten und wir kommen jetzt zum letzten und zehnten bauabschnitt da ist es vollbracht wir haben jetzt hier den feier airport rescue vehicle fertig ich habe hier auch ein paar aufkleber angebracht die molking aufgabe ich jetzt einfach weg gelassen die machen irgendwie auch keinen sinn aber sonst wäre das ding jetzt für meiner meinung her ein bisschen nackt gewesen so dann hier oben die reling ein teil hatten wir schon jetzt haben wir den riss des fahrzeugs hinten auch noch mit einer reling bestückt auch haben wir jetzt hier die reifenräder angebracht mit den felden die finde ich optisch ein bisschen könnten die ein bisschen größer sein eins das ist mir jetzt aufgefallen und zwar hier oben an der reling können wir ein teil der reling hier abklappen also ihr müsst das hier zur seite nach vorne hier klappen das ist nämlich dafür da dass wenn ihr jetzt hier die ganze seite also diese diese klappe öffnet würde sonst die reling an den kran stoßen so hier den akku die akkubox hier eingebaut würde ich euch auch raten das zu machen denn dann könnt ihr den so wie jetzt schön runter fahren und kommt da später wieder dran diese ganze geschichte hier bin mal gespannt ich werde das nachher mal auffüllen wie lange das dauert wie flüssig das geht und wie schnell das verballert ist also diese reling hier ist dafür da sonst würde sie an den arm stoßen darum ist die so abklappbar von hier oben von hier oben sieht man natürlich noch noch ein bisschen besser so also dieses hier dieses teilstück nach vorne klappen und dann könnt ihr dieses panel oder die seiten klappe hier ganz einfach öffnen und ihr seht das passt echt richtig gut so dass die richtig schön komplett geöffnet werden kann hier also genug luft haben wir da schon mal auch schön dass da dran gedacht wurde so ein bisschen ausrichten das ganze hier links rum haben wir auch ein paar lämpchen angebracht überall hier fehlt aber normalerweise noch ein hebel und ihr seht wenn ich das jetzt nicht hochklappe dann stößt das hier gegen also macht schon sinn dass man das weg klappt was haben wir hier oben noch wir haben hier hinten noch paneele angebracht oder abdeckung und hier hinten da ist noch eine klappe die macht jetzt leider keinen sinn ich werde euch gleich nochmal ein bild einblenden was sich was lucio hier an dieser stelle eingeplant hat bei ballkling saß ja jetzt hinten nur der airtank drin und lucio wollte jetzt hier richtig hier ein zwölfzylinder rein motor rein bauen und mit den der menge verkabelung oben noch ein kühler drauf luftfilter ölfilter alles noch hier dran und dann auch seht ihr noch ganz links ist noch ein feuerlöscher was jeden in diesen raum rein sollte und der sollte auch türen bekommen hinten sollten noch mal links und rechts jeweils noch mal eine tür zum öffnen sein also hat die molking auch wieder jede menge eingespart und gerade die sachen die sie jetzt hier eingespart haben die hätten den modell noch mal so ein bisschen leben ja eingehaucht das blöde ist ja dass genug platz da gewesen wäre denn der ganze raum hinten ist ja komplett leer bis auf diesen ja und hier werden die klappen dann gewesen und da wir auch noch eine gewesen auf der anderen seite natürlich auch noch mal das kann aber ganz leicht ändern und das werde ich euch aber auch gleich noch mal kurz zeigen ich habe das nämlich auf einer seite noch mal gemacht so wilde kamera fahrt jetzt hier noch mal und zwar will ich das ganze noch mal von der heckpartie her zeigen wie gesagt es ist mega lang dieses teil die maße muss ich nachher noch mal kurz raus kriegen oder nachmessen in der meck haben wir jetzt auch noch haltegriffe für die leiter angebracht die gehen bis jetzt hier unten runter und ja sind sehr stabil auch auch hinten haben wir noch mal diese rundum leuchten oder diese waren leuchten angebracht ihr könnt da wieder auch leds anbringen da ist genug platz auch die heckklappen hier können wir öffnen die türen das ist das einzige was uns molking jetzt ja nicht offiziell hier vorgesehen hat an kläppchen ich habe jetzt mal lucio hat gar nicht hier auch noch klappen vorgesehen und ich habe jetzt einfach mal hier auch noch mal die klappe aktiviert hier sind auch seitlich der fokus der macht mir schon wieder so ein bisschen probleme wenn ihr seht da ist eigentlich ein anschlag damit die die klappe beim schließen nicht ganz rein drücken könnt die läuft da oder die lichter sehr gut an so da wäre auch noch eine klappe gewesen hat molking uns aber auch nicht zum öffnen und schließen gemacht ist auch ganz einfach gewesen ihr brauchtet da bloß zwei pins weglassen und dann habt ihr halt wieder die tür da braucht auch keine klappe hin weil molking hat da sowieso nichts vorgesehen dass da jetzt irgendwas hinter ist als nächstes kommen wir gleich mal hierzu jetzt hier zu dem befüllen für die tanks oder zu den befüllen der tanks vier stück haben wir jetzt hier und die müssen auch befüllt werden da sagt molking ja wir nehmen diese komische pinpette so erstmal die kamera wieder auf dem stativ hier so das fahrzeug mal einmal noch mal gedreht weil ich habe eine seite habe ich schon befüllt so jetzt so ist es gut so klappe auf hier und da müssen wir oder die befüllen wir jetzt auch noch mal eben ganz kurz aber da zeige ich nur eben kurz ein wie das geht und dann machen wir dann cut und kommen nachher auch noch mal kurz zu einem test so also molking hat jetzt gesagt nehmt diese komische pinpette hier mit mit dem vorne mit dem tüdel dran und lasst sie voll saugen so richtig das wahre ist es nicht so ich nehme jetzt mal vorne die spitze mal ab noch mal drücken vollziehen lassen und ich krieg sie noch nicht mal ganz voll diese blöde pinpette so und dann solltet ihr das da rein zirkeln in das kleine löffs kennen und rein drücken ihr kriegt noch niemals die ganze pimpette leer es bleibt immer noch ein bisschen da drin also das ist wirklich ein fuckelkram das mache ich nicht das ding fliegt sofort in die ecke hier braucht kein mensch so ein schwachsinn nein ich habe mir eine apotheke für 20 cent 12 also hier steht zehn milliliter es gehen aber 12 milliliter rein und eine nadel geholt ja dann das aufziehen geht relativ einfach die nadel ist einigermaßen dünn darum läuft das nicht so gut rein in die spritze oder zieht da genau rein so dann einfach in das löschgen einführen und rein damit mit dem wasser also das geht auf jeden fall einigermaßen schnell ich habe jetzt hier mit diesen 12 milliliter glaube ich vier oder fünf füllungen reingehauen dann waren die tanks soweit voll so also machen wir noch mal kurz ein hier das läuft übrigens auch von dem einen in die anderen vier tanks rein die sind ja unten drunter verbunden so also wir machen jetzt ein cut hier ungefähr vier spritzen ging jetzt in jede seite rein die tank sind jetzt voll ich habe sie oben wieder zu also angeschlossen an das schlauchsystem so klappe zu also das war das thema jetzt mit dem befüllen also auf jeden fall holt euch eine spritze dabei geht auf jeden fall wesentlich schneller wie mit dieser komischen pinbette das nächste was noch dazu gekommen ist ist mir jetzt aufgefallen nachdem ich die räder angebracht hatte hier und das ganze ding jetzt hier auf den bellen steht das ist beim lenken mächtig knackt im gebälde also wenn ihr einschlag das lenkrad dann knackt das hier in jede richtung da ist ein auch ein baufehler drin ich habe mal versucht da was zu machen aber so richtig die lösung hatte ich noch nicht das ist jetzt ich habe da also zwei so teile einfach nur getauscht in der reihenfolge und zwar stößt jetzt hier immer die zahnstange die für die lenkung zuständig die stößt gegen gegen ein bauteil und dann schiebt sie sich hoch und das liegt auch an dem schweren gewicht von dem teil denn ohne bewegung oder ohne gewicht macht es diese geräusche nämlich nicht das nächste ist hier wenn ich das tatsäch hin und her bewege ihr seht das jetzt hier da ist jede menge spiel im getriebe das ist natürlich der dem antrieb verschuldet ihr habt ihr die antrieb irgendwo in der mitte und dann nach links und rechts gehen jede menge kreuzachsen weg und da ist natürlich jede menge spiel drin und ja ich bin mal gespannt wie das fahrzeug läuft ein ein Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das war es jetzt soweit mit den Fahrtests. Ihr habt jetzt mal gesehen, wie schnell das ganze Teil hier ist. Und bei einem Gewicht hier von 5600 Gramm, so circa, kann man natürlich auch nicht viel erwarten, dass das Ding in der Rakete abgeht. Aber ein bisschen schneller hätte ich mir das schon vorgestellt. Aber es ist sehr viel Widerstand im Getriebe und so weiter und so fort. Auch die Lenkung, der Lenkradius, der ist schon extrem. Und bei einem Preis von 307 Euro hätte Molking doch ein bisschen mehr machen können. Also, dass sie diese Kabel vergessen haben, finde ich schon ein bisschen, ja, das finde ich nicht gut. Und das heißt, sie haben sich mit dem Modell gar nicht richtig beschäftigt. Sie haben einfach nur viel weggelassen und was sie umgebaut haben, umgesetzt haben, haben sie schlecht umgesetzt. Wir haben hier eine knatschende oder knatschende Lenkung, die auch nicht so vom Feinsten ist. Hinten ist wenig los, also die haben den Motor weggespart und so weiter und so fort. Ist alles ein bisschen schade. Ein paar Klappen könnte man jetzt noch mehr eröffnen können. Die Akkuboxen sind eigentlich fehlplatziert da, wo sie sind. Man kommt schlecht dran. Dann zu dem Wasserspritzen, ihr habt es gesehen, ruckzuck hat man sein Pulver verschossen. Also, einen Brand bekämpfen kann man damit nicht. Viel zu wenig Wasser und dieses Umschalten von der unteren auf der oberen Düse ist zu ungenau. Da vertut man sich sehr schnell und in der Zwischenzeit hat sich der Druck abgebaut und der Tank ist leer. Und ja, ihr könnt eigentlich nichts mehr anfangen damit. Also, ich bin von diesem Modell eigentlich sehr enttäuscht und das Modell wird auch ganz schnell jetzt hier meine Sammlung auch wieder verlassen. Ich freue mich schon auf das nächste Modell, was ich bauen werde. Das wird auch ein Feuerwehrauto werden. Mehr möchte ich dazu noch nicht weiter sagen. Jetzt möchte ich euch nochmal fragen, wie gefällt euch das Modell? Würdet ihr mit dem Modell zufrieden sein, wenn ihr es euch kaufen wolltet, würdet? Oder habt ihr es vielleicht schon? Habt ihr die gleichen Erfahrungen damit gemacht wie ich? Schreibt es mir doch einfach mal unten in die Kommentare. So Leute, was mir jetzt noch zu sagen ist, wenn euch jetzt hier das Video, nicht das Modell, das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann bekommt ihr auch Bescheid, wenn ich das nächste Modell hochlade. Das wird zwar nicht mehr dieses Jahr sein, also ist ja jetzt bald gleich vorbei. Und ja, was ist mir noch zu sagen? Leute, bleibt gesund und feiert ein bisschen ruhiger dieses Jahr. Und wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dann. Ciao. Ciao.